Diablo oder Cassia? Was spiel' ich denn? Oder. Was spiel' ich denn, Diablo oder Cassia? Ich muss nur ein Spiel spielen, ist egal welchen. Was spiel' ich denn, Diablo oder Cassia? Cassia. Ja, wenn du Murky spielst, dann spiel' ich natürlich Nova. Ist so doof? Du kannst morgen mit Nova nicht. Dann spiel' ich ja Diablo. Wieso Diablo? Diablo heilt' ich keiner, dann stirbst du wieder. Hör auf damit. Willst du mich verheißen? Nein, aber dich heilt keiner. Ich kann mich ein bisschen selber heilen, danke. Aber das reicht nicht. Ja, ist egal, ich heil' dich. Ich kann grad' auch nicht abbrechen. Wieso kann ich jetzt nicht abbrechen? Nee, du spielst jetzt Diablo. Diablo ist bei mir gefreezed übrigens, bei dir. Ist egal. Ich könnte Uterus mal wieder spielen. Ja, gut, ich würde Uterus. Uterus. Das Problem ist, ja, ich find' den Jungen übrigens bei Carbon Animation so cool, wenn er seine Animation macht, immer so am Boden sitzt und immer die Heilungswaves wirft. Find' ich ganz witzig. Ähm, betäuben kann ich. Für wie lange? War's nur so wenig? Kannst du mal eben den Spielmodus ändern? Auf. Dankeschön, jetzt kann ich nämlich wieder meinen Helden ändern. Du hättest doch Ding... Nein! Hör auf, du sollst doch nicht... Nee, aber dann... Ich brauch nur noch zwei Spiele, dann ist der auch wieder ein Level höher. So. Lass mich. Und wenn nicht, wenn ich das nicht tue? Was? Mich lassen? Eine Nova und zwei Heiler. Oh Gott. Das ist ein Spiel, du Uter. Wir packen das, wir kriegen bestimmt keinen dritten hier da rein. Ganz bestimmt nicht. Wir brauchen keinen dritten Experten oder Spezialisten? Einen Experten? Oh! Oh mein Gott! Oh scheiße. Was zur Hölle? Könnte was werden, könnte aber auch nicht was werden. Taunus ist relativ stark gegen Schubball. Weil er Prozent Damage macht, genau. So Jin ebenfalls. Also Jin nicht, aber... Oder die haben so eine Jaina, wie wir eben hatten. Oh, die war gut, die hat 1000 Damage gemacht bis zum Ende des Spiels. Level 19. Oh, Level 19. Nee. Wir hatten eine Jaina, die hat 1k. 1000 Damage gemacht. Leider war es in unserem Team. Nach... Zwei Minuten? Nach... Nach 20 Minuten hat sie 1000 Damage gemacht. An... Helden? Ach ja. Und... 10.000... An den Minions. Also nicht wirklich viel. Sie nur im Kreis gelaufen? Wahrscheinlich. Ich hab keine Ahnung. Unser Abatou war auch noch kacke dazu. Kurz bevor ich gestorben bin, war Abatou über mir und danach ist er weg gewesen. Ohne Schild, ohne alles. Und ich bin gestorben. Ich wollte dich einfach nur angucken, während du stirbst. Beep, Beep, Beep. Beep, Beep. Keiner geht Bot-Line? Ja, wen willst du hier Bot-Line schicken? Irgendjemanden. Selbst du musst Creepen jetzt. Oder willst du ohne XP laufen? Ich hoffe, die können wir jetzt ein bisschen spielen. Ich geb dem. Das ist Sylvain ist sein Target. Juhu, Shogal ist tot. Ah, ich bin tot. Oder auch nicht. Du bist tot. War auch nicht anders zu erwarten. Ne, das ist sowieso verloren. Mannmunzeln, ab hier gäbe es Schätze zu erbeuten. Schnappt sie euch. Es ist Zeit für Gerechtigkeit. Worauf Sache, die kloppen auf dein Ding, wenn es da rumläuft. Ja. So ist es. Schade, dass es hier nicht so ein Aufgeben-Button gibt. Nein. Nicht in diesem Spiel. Warum nicht? Ja, mein Mana geht zu meiner. Hier, du kriegst ein bisschen Mana. Das ist hier das Weg. Ich wüsste sonst nicht, wen ich das geben sollte. Ich bin voll. Na, immerhin etwas. Wer stammt den denn so lange? Ähm, Gaslo. Ich muss zurück, ich habe keine Mana. Äh, in meiner frisst auch Mana wie alles. Hm. Ich finde, Malf kann ja einen schönen fressen. Äh. Kann auch. Chip! Du bist tot. Glaube ich. Ja. Ja. You're dead. Lass mich raten, Schogal stirbt jetzt, weil er rumrennt. Schogal macht doch noch nicht wirklich damage, muss ich sagen. Nee, Schogal ist tot. Warum rennt der meiner jetzt nicht weg? Was macht der? Wir sind down, beide. Äh. Ja. Ich habe noch versucht, was zu machen, aber... Ach, ich muss creepen gehen. Das bringt nichts. Ne. Ich verlasse vorübergehend die Front. Ich gehe nach oben. Mitte. Ich habe den meisten Gebäudeschaden. Seit wann flamet sich denn Joe und Carl gegenseitig? Ich glaube, die haben sich jetzt so freien, beide. Die Spieler. Äh, der hat 1.100 irgendwas und 600 irgendwas. Was ist das? Was? Äh, ist der schlecht. Das gibt's doch nicht, Alter. Was ist das für ein Spacken? Der stirbt die ganze Zeit. Der ist schon geil. Ich finde das nicht witzig. Hörst du nicht lachen? Ja. Hörst du mich lachen? Was kommt dir so? Was? Was? Ich bin keine Nova. Sondern? Was bist du nur dann? Der Widowmaker. Laberlich. Der Unterschied. Großen. Ja, dann erkläre ihn mir gerne. Ich höre dir zu. Der Widowmaker ist nicht Nova. Ich höre dir zu, also erkläre mir den Unterschied. Du hast gerade einen riesen Fehler gemacht, die nimmt etwas geboren. Ich werde mir probieren, das zu erklären. Wieso? Erklärt ihm jetzt 3 Stunden? Ja, wenn ihm irgendwelche Worte einfallen. Achso. Er denkt jetzt nach, ist das Problem. Und das dauert jetzt. Ich möchte jetzt aber den Unterschied missen. Nur jetzt, dass die Nova oder was auch immer nicht mit mir geht. Hätte ich... Nicht Widowmaker. Hätte ich jetzt lieber Morales ehrlich gesagt. Morales wäre noch gut. Oder Aurel. Ja gut. Aurel könnte ich nicht spielen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die uns voll abziehen. Ach, weiß ich. Ich bin sicher. Guck dir mal meinen Diener- und Gebäudeschaden an. Das ist für mich normal als Heiler. Naja. Ich bin auch Heiler, aber ich mache weniger. Ich wüsste gar nicht, wenn wir hier fokussen sollen. Gar keinen. Jaina vielleicht. Aber der kriegt so viel Damage. Ich habe auch keinen Mana mehr. Ich auch nicht mehr. Und der Schockerl ist tot. Nein. Noch nicht ganz. Ich gebe ihm noch ordentlich Heal. Aber... Na super. Naja. 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 Da wird er alle Münzen verloren. Naja. 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 Man spielt lieber Morales als den hier. Naja. Naja. Zerschmettert sie. Oh Gott. Überall Gegner. Naja. Kann ich dir jetzt nicht helfen? Nö. Ich sterb jetzt. Die System ist einfach kacke. Wir können sie doch nicht gewinnen. Ein bisschen Tod sein hat noch keinem geschadet. Tja. Da war Euer Gegner wohl schneller. Ich hoffe ihr habt eure Reaktion gelernt. Schön, Allianz! Ha. Das finde ich gut. Tja. 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 Was ist die Zerstörung, was ich mir jetzt damit sagen? Ach, wenn die Leute hier kein Englisch können. Ich bin tot. Ich habe 3 HP gegeben und ich schaue. Darf ich feeden? Nein. Was darfst du? Feeden? Nein. Selbst nicht. Der feeden schon genug hier. Ja, aber das bin ich nicht. Och, wie rum tötet der ihn denn nicht, wenn ich ihn schon stunde? Tö, was? Ich habe ihn gekillt. Toll, aber hinter der Linie noch. Hier kriegst du den Spiel. Danke. Uta feeden ist gut. Was war es mir wert? Da bin ich so geslaut. Ich treffe mir die ganze Zeit, das Ding. Oh mein Gott, ich habe mein Ohr verloren. Jetzt bin ich wieder da. Wie unangenehm. Muss es sein. Das war lustig. Nein. Ach, Lucius ist echt scheiße, gegen den zu spielen. Jetzt töten wir ihn wenigstens, wenn ich ihn schon damage mache. Tut. Ernsthaft? Ich heil ihn noch. Ich habe alles gegeben. Er hat x Millionen Heal gekriegt und das reicht nicht. Ich verstehe sowas nicht. Wie kann man nur so Kocke spielen? Also gut, versuchen wir es noch einmal. FÜCK! FÜCK! Sechs Kills. Wer unser Dingens? Wow. Schnell abgeben, solange wir können. Ich wollte gerade sagen. Dann sollten wir uns vielleicht Autanis holen. Schon wohl uns Lucio jetzt. Oder auch nicht. So schnell wie der weg ist. Oder. Oder auch nicht, wir gehen lieber. Äh, der Lucio rettet die einfach immer. Fuck. Heal hast du noch. Gucken, ob ich noch reinkomme. Ich gebe nur noch ein Heal. Na? Ich halte mal mein Heal für Shogaru rein. Das ist verreckt ja wieder. Kannst du mir nochmal Mana geben, wenn du schon mal hier bist? Danke. Dann heile ich mal. Ich muss ihn schützen. Das ist eigentlich sinnlos, den zu schützen. Der macht sowieso wieder eine Blödsache. Naja, der hat ja irgendwie funktioniert. Teilweise. Ich gehe sogar schon voll auf Heal, damit ich überhaupt was von ihm lege. Okay. Das Spiel ist eh verloren, also. Mhm. Doch, doch ist es. Ich renne jetzt voll rein. Ich drück die Ulti-Taste, nix passiert. Oh, shit. jetzt gibt jetzt bricht er tatsächlich ab man nur um rumzurennen oder was ja meine münze aufzusammeln jetzt guckt ihr ihn noch an der captain so gut aussieht dann macht er weiter so geil gib ab was machst du denn da alles in siegsschrei jetzt siegsschrei brunffzeit hab dort drauf geklickt so ein locker ich hätte ihn umgebracht doch schon wieder kein warner ich würde mir was holen schützt dich doch also lachens würden die dich sehr freundlich bitteschön nächste runde spiel ich Mediv den killen also hast du nicht gesagt du kannst gar kein Mediv? doch kann ich ich hätte einfach nur keine lust den zu spielen in der runde wäre der sicher riesig gewesen weil ich wahrscheinlich mit lane versiegelung spielen würde ich rette dich kriegst gleich noch nie von mir die wollen den boss machen wollen sie den boss machen man ist schon geil hier weil der geht sich selber heim wie sich mal vorhin immer anstrengend weil er angreift ich bin so alt ich muss die hand heben so geil nimmts auf na du Penner lol was denkt er sich dabei? dass du kacke bist hat sich gedacht du bist kacke ich gehe einfach mal angreifen so ein Noob ich finde die Wolke passt richtig gut zu Schokal ganz lufe ganz lufe was? ich habe daneben geschossen nein deine Ulti sparst du dir auf das tut nicht so als würdest du Schaden machen können wie bitte? ich sage jetzt tut nicht so als würdest du Schaden machen können wo du den Tower eingewürzelt hast guck mal auf mein Gebäude und Dienerschaden ich habe mehr jetzt für alle zusammen ja so ja wie auch immer du das machst also bist du auf Damage gegangen ich bin auf Heel gegangen ja da siehst du das nicht? nein habe ich nicht gesehen ich laufe jetzt ich bin tot ich kann nicht weg weil der mich in den Strahl reingebumst hat ja 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 noch zehnmal meint der jetzt nicht? nein Uta passiert passiert nicht gesehen man ich könnte doch was sagen mal ab ich soll das abgeben achso sag doch mal was mal ab guck mal ob ich sie verliere ja klar verliere sie ja die machen den Boss ja das ist vorbei das sag ich doch die ganze Zeit ja das ist vorbei noch nicht müssen nur ja dann haben wir auch kein Damage mehr du musst echt Kraft haben in seinem Alter wenn der Hammer so schwingen kann jetzt hätten wir den Ding jetzt gebraucht das tut mir leid jetzt lässt du hier kämpfen ese geht ja was ist du nicht du 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 Vielen Dank.